Willkommen zurück zu H1C zusammen mit Bayer Wild Fresh Fries ich nats dich und MGBo Schmidt Guten Tag! Ich fliege bei F5 unten zu dem einzelnen Haus runter Ich fliege bei F5 zu der Brücke Wir kommen eigentlich relativ nah beisammen runter und in der Nähe eigentlich keiner Der landet hier direkt vorm Haus Ich lande bei der kaputten Brücke Da liegt auch immer gern mal was rum Ich hab ne Mark rum Und ne AR15 Ich hab auch ne AR Ne, im Scheißhaus war ne AR oder was? Ja Ich hab grad überlegt, lauf ich als erstes ins Scheißhaus oder nicht Ohne Scheiß Alles in einem in einem einzigen Wohnwagen Richtig geil Ja Jetzt hast du mich in deine Tür eingeklemmt Du Dödel, ey Kommt So nochmal Magnum-Munny Guck dir mal meine AR15 an Sieht die nicht geil aus? Sieht die nicht nice aus? Haha, drück sie ihm nur rein Drück sie Bayer rein, die AR Da hat er Spaß dran Wir laufen wieder in die gleiche Richtung zum Sterben, ja oder? Ja Ja Wir können auch gerne eine Base-Kammer machen Ja lass mal Geheime Base machen Geheime Base, das wär also straight nach Norden Wo ist die? Äh E2 E2 E2, ja mit F5 das passt Aber ich seh da vorne ein Pfeil lang flitzen Ja das bin ich Laufen nach Norden Nach Norden? Ja, ja Bayer, wo bist du? Äh, rechts von dir Bayer Bayer Ja lauf einfach grad aus, wir treffen uns im Wasser Bayer Rechts von mir seh ich auch jemanden Bayer Bayer, wann willst du da? Hier unten das gelbe T-Shirt Andere, jetzt bin ich rechts Ah, der Geschlechtskranke, ok Das kannst du natürlich mit bloßem Auge erkennen Die Farbe Gelb ist die Farbe der Geschlechtskranken Wusstest du das nicht? Nee, das ist mir neu Nee, das sind die, die hinten ein gelbes Tuch aus dem Arsch hängen haben Aus der Hohsentasche, oder? Da vorne rennt ein Pfeil Ja, das bin ich Obwohl, der hat eine AR Ja, ich hab auch eine AR Na, ich nicht, ich hab nur eine M9 Ja, hier vor Ja, dann wissen wir ja, wen wir als erstes umbringen Nee, ich schmeiß einfach mit der R9 nach den Gegnern Ah, definitiv sinnvoller als damit zu schießen Also meine Ich muss ein bisschen mehr nach links Meine AR ist sehr auffällig Wieso ist die gelb? Nein, die hat das amerikanische Flaggensymbol drauf Hier war noch keiner Yeah, nice Okay, cool Ja, in die USA, in Texas darfst du ja als Waffen offen tragen Oh, da, ich hab eine AR und ich benutze sie auch Darfst du das nicht immer schon? Und jetzt hast du überhaupt keine Gesetze Nee, du musstest sie verdeckt tragen, jetzt darfst du offen tragen Mhm, okay Also präventive Abschreckung Ja, naja, ob das Abschreckung ist, das wage ich mal zu bezweifeln Ja, vielleicht haben sie es zu viel in den Sack geschossen, weil sie sie in die Hose, äh, in die Hose vorne so reingeklemmt haben Ja, naja, das ist doch typisch Hier sterben wir doch gleich wieder Das ist doch typisch Ami Warum? Weil die hier vorne auch gestorben sind Wenn ich, wenn ich jedem eine Waffe gebe, dann, äh, erschießen sie sich nicht mehr gegenseitig Weil jeder eine Waffe hat So ungefähr Ich nehm die Base nicht mit dir Na gut, das ist amerikanische Logik einfach, aber naja Steht da oben noch ein Autobahn auf? Weil da ist auch eine AR Nee, nee Ich meinte nicht dich, ich meinte, äh, den, der, wer läuft denn da vorne? Ich Was denn? Guck mal Was ist mit mir? Ja, steht da vorne noch Äh, nee, ich seh keins Okay Also ich hab jetzt gerade mit dem Fernglas rüber geguckt Achso, da drüben ist das Haus Ah, da ist ein Haus, okay Ja, Vorsicht, Haus des Todes Ja, und? Na, Vorsicht, Haus des Todes Warte, du hast den AR vergessen Ich bin Beier und scheiß mir in die Hose Ich brauch, ich brauch ja noch ein paar Tode Haus des Todes kannst du gar nicht sagen Weil wir es vorhin gar nicht zum Haus des Todes geschafft haben Um ehrlich zum sein Um ehrlich zum sein Wir sind überall auf dieser fucking Map schon gestorben Also ist es die Map des Todes Und deswegen scheißegal Stimmt nicht, den Busch hier links haben wir noch nicht Das können wir gleich ändern Ich lass den Gamer vorlaufen Ja Nö, du Ah, ne AK Geil Ach, scheiße Nimm mit Ja, bin ich dabei Ein fucking Bogen So Ein fucking Bogen Ja, man muss sich halt auch mal was trauen, ne Ich hab noch ne M9 Super, jetzt hab ich zwei Naja, besser als mit einer zu werfen Kannst du sogar zweimal hüten Naja, weißt du, wenn's dir damit wird Geh mal weiter hier Ja, da unten ist noch ein Doppelstock Wo? Ah, da Stimmt ja Der ist doch auch durchaus geläufig Ja, jedes Haus ist sonst irgendwo geläufig Okay, dann looten wir hier schnell, dann gehen wir runter Wo müssen wir hin? Falls ich sowieso nicht mehr aussetze, das ist Gehammer Base Ich bin schon da Lass mir aber was übrig AR oder so Da ist ne Schrotze Ne, du kommst da gar nicht dahin Ah, der gierige schwarze Mann hier Genau Der gierige schwarze Mann Was willst du mich hier beleidigen? Ne, er meint Nein, nicht der Der andere gierige schwarze Mann Ah, ne Body Armor Perfekt Hier liegt noch ne M9 rum, Bayer, wenn's du nochmal willst Ach, leck mich doch am Arsch mit deiner scheiße M9 Mit der M9 in der Hand soll ich dich am Arsch lecken Ich hab noch nicht geguckt Ja, ein afroamerikanischer, äh Ureinwohner Nehme ich mal meinen Rastafari-Motorhelm Seid ihr schon wieder rufen? Ne, ne, ich bin noch hier So, da wäre noch ne Axt, Bayer, falls du willst Ich werd erst mal meinen Helm kurz Ich brauch noch nen Rucksack Ich geh irgendwo noch nen Rucksack Ne Rucksack Wo müssen wir überhaupt hin? Hat da schon mal jemand Süden Ja, geil Erst rennen wir die ganze Zeit nördlich Und jetzt müssen wir wieder Richtung Süden Können wir hier bitte mal Laufen Ich glaub zu Fuß dauert das ein bisschen länger hier, ne Moment, bin ich da Naja, bei dir dauert nen Moment ein bisschen länger Ja, bei F6 Danach treffen wir uns Danach treffen wir uns Okay Was, F6 wollen wir uns treffen? Ja, da F6, da ist so dieser weiße Dame Und da drüber gehen und dann dahinter Davon ist ja mal so ein Quad Wir fahren weg, Auto, Quad Die jagen mich, fuck Töte sie Oh, ich hör die Schüsse Die sind links Oh, gar nicht schlecht Was denn? Ah, ich bin tot Oh Einen hab ich Lauft ihr zwei noch mit? Ja, ja Fesch ist auch tot Einen hab ich ja mal Wir müssen eigentlich noch Schwarzer Mann Du hast auch immer einen ziemlich losen Finger, ne Du bist ja Respekt vor dem Alter Würste gegessen hast Ich bin eine Frau Ich hab einen dicken Arsch Ne, du bist eine Frau Deswegen läufst du Gewehrfreudiges Becken Gewehrfreudiges Becken Gewehrfreudiges Becken, ja Das sind die Indianer weg Die haben sich umgefärbt Der big booty ho Oh, der hat noch einen Lorio hat er gekillt Lorio Lorio ist doch schon tot Dachte ich Drei in Folge Ja, jetzt müssten die ihm aber schon langsam die Schuss für die AK ausgegangen sein, oder? Rechte Hand Wohnwagenansammlung Ja Info Ja, schön Stört mich nicht Du läufst vor Ja Du läufst zurück Ich lauf hinter euch Ich halte euch den Rücken frei Ja Du machst Du bist der erste, der richtig hart in den Arsch gefickt wird Weißt du das? Wer? Du Ja, MG, nein Nee, eigentlich nie Wenn ich so rumlaufe, nicht Ihr müsstet mehr nach links, weil da kommen wir nirgendwo hoch Mädels Dann laufen wir halt eher nach Süden Achso Mann Zack Weil doch hier diese Stallwände sind Da kommst du, glaube ich, nirgendwo so hoch, oder? Nee, nicht wirklich Das wusste ich aber jetzt nicht aus dem Stehgreifer raus Ich denke, du kennst die Maps so Nee, 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 nee Boah, Bayer, wenn ich die sehe, ja, schieß dich Ohne Witz Bin schon da Nicht jetzt im Spiel, sondern im Real Life Danke Du weißt doch, wo mein Haus wohnt Eigentlich nicht Das stimmt Mit Spucke-Kügelchen oder was? Nee, ich bin ein guter Bogenschütze Du musst aber auch erst mal einen Bogen haben Wow, ich glaube aber nicht, dass du triffst Hier wird geschossen Hinter uns? Ja Oh ja Dann interessieren sie uns nicht Nein Nö Weißt du, komm gleich schießenderweise mit dem Pickack um Äh Mit dem Pickack? Was du meinst ist Pip-Boy und das ist ein anderes Spiel Halt die Fresse Ja, das meinst du immer Hey, du leckst Halt die Fresse, Weißbrot Du leckst Wer leckt? Hier leckt keiner Natsiak hat geleckt Nee Oder nicht Deine Internetverbindung leckt Und das hat Nein Deine leckt nicht Ja, genau Hat niemand gesagt, dass das Holzmichelmodem gut ist? Holzmichelmodem Holzmichelmodem Schlauze mit deiner Bambusleitung Oh, geh doch Randfichten hören, du Vogel So Das ist wenigstens cool Wo müssen wir eigentlich hin? Ich laufe die ganze Zeit vor Ja, immer noch ein bisschen nach Süden Ein bisschen tiefer in die Safe Zone reinlaufen So ein bisschen nur, ne? Warte, Big Booty hat wieder zugeschlagen Oh, der hat immer noch RK-Moon Da glaub ich noch eine gefunden Na gut, hat auch viel genug erschossen Ja Haben wir hier überhaupt irgendwas noch zum Looten? Kacke Was bräuchte man denn überhaupt zum Looten? Das ist jetzt die andere Frage Ja, ich hab nur diese Drex M9 Mit der kannst du ja nicht mehr Ein Brot erschießen Ja, wenn's ein Brot Ein schimmeliges Toastbrot kannst du damit nicht mehr treffen Ach komm, jetzt läuft mal jemand anders vor Wo seid ihr überhaupt? Da hinten Ich laufe doch schon vor Ich hab dich vor einer halben Stunde überholt Auf einmal merkt das Ich hab nur einen vor mir Ich seh den zweiten gar nicht Ja, der ist hinter dir Ach Gott, da unten ist er Ja, weil er dachte, er läuft immer noch vor Komm, bück dich, Weißbrot Bück dich Frage, dass das nicht geht in dem Spiel Ich würde dir die M9 einführen Du kannst ja hinter dem Wackeln schon mal rumstehen Das geht Ja, also Ja, schieß mal ein Ich brauch eine ausständige Knarre Ja, schieß dir halt selber ein Ja, wobei, ich treff eh nicht Da ist es wurscht, ob ich mit der M9 nicht treff Ja, genau Viertes Lustloch, Alter Viertes Lustloch Mach mehr draus Ich bin auch noch da Genau Vergeht euch nur an meiner Leiche Ja, wenn dann halb lebendig So, erwart mal die nächste Zeit Was ist denn jetzt hier? Ja, krumm Kuschel an einem Baum Seid ihr behindert? Ohne Witz Ring, ring, ring Oh, 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 links Ja Ich hab's gehört Das war sehr dicht Ja, irgendwo im Wald Ach echt? Und alle tot? Nö Nein Wir leben noch Wir warten die nächste Safe Zone ab Was? Oh, Menno So Ich zieh mich mal kurz um Ich glaub so, mit diesem gelben T-Shirt ist es jetzt nicht unbedingt so Ach, für nee Was du nicht sagst, Junge Das ist besser Das sagt der, der oben auf dem Hügel im Gestrüpp liegt Was sowieso auf Entfernung Südöstlich schießen sie The Notorious War das Hat MGNM erschossen Ah, der nächste tot Ja, die sind oben irgendwo auf dem Hügel da oben Ja, südöstlich Ja Süd-südöstlich Ja, bei dir ist süd-südöstlich, weil ihr die andere Waldgruppe seid Halt die Fesse Ich halte sie aber nicht Muss ich nicht Ist eingewachsen Ihr habt euch halt lieb, oder? Ja Ach alle Ja, wir sind hier echt nur am rummeckern Wir können hier sogar sitzen bleiben Das ist nie noch Latte Ich will nicht wissen, wann du eine Latte hast Jetzt hab ich hier noch so eine krabbelnde Alte neben mir mit ihrer M9 in der Hand Ja, die will halt beglückt werden Oh Die könnten jetzt weggeholt werden Oder wir Die werden da wohl nicht mehr sitzen Ne, glaub ich auch nicht Ich seh deinen fetten Arsch Aber wenn, dann würden sie sich sowieso ein bisschen mehr nach Süden orientieren Oder sie bleiben hocken Weil Natze fällt überhaupt nicht auf mit seinem komischen neonfarbenen Helm Also da ist ein Friedenzeichen auf der Seite drauf Das heißt so Das passt Die ballern weiter südöstlich Aber weiter weg Ja, komm, die sollen sich gegenseitig alle wegmachen Ja, da geht's aber richtig zur Sache wieder Irgendwo Ja, hauptsächlich mit der AK Aber Natze hat's schön, weißt du schon Mit dieser Zieleinrichtung auf seinem Helm Da weiß man genau, wo man reinschießen muss Äh, komm Du mit deinem weißen Motorradhelm Achso, seit wann seid ihr da oben? Schon die ganze Zeit schon Guck mal, wir hätten dich so abknallen können Dir wäre das gar nicht aufgefallen Ja, aber ich dachte, dass ihr nach hinten sichert Nach wo? Nach hinten Wo ist denn hinten? Hinter mir Macht doch mal eine Richtungsangabe, Alter Äh, westlich Was ihr westlich sichert Guck mal, ich schaue, dass ich südöstlich abdecke Ich hab keinen Baum hier Boah, da sind so viele in diesem fucking Wald Aber du hättest keinen Baum Ist klar, Bayer Er sieht den Wald vor Bäumen nicht Ja, das glaub ich bei ihm Ja, ich hab keinen Baum, der sicher ist Es ist gar kein Baum sicher Doch, der Baum, äh, da wo du unten reinkriechen kannst Der ist gut Wieso kriege ich hier eigentlich schon wieder Kopfschmerzen? Da hat mir das noch einer Ja, weil Bayer da ist Es liegt an deinem Helm Nee, an Bayer Nein, kann nicht sein Ich verursache keine Kopfschmerzen Ja, dann halt Gehirntumore Nee, auch nicht Ich hab schon lange keine Schüsse mehr südöstlich gehört Na, die werden jetzt die Wünsche gleich hören Weil sie um die Ohren fliegen Und sie sich da und als die alle bei dir hinterm Baum hocken Ja Könnte sein, deswegen krieg ich mal Sind wir hier jetzt noch safe oder sind wir hier jetzt Hier sind wir normal noch safe, ja Nicht nur gerade so, hier sind wir gut safe Das Wasser ist deutlich weiter unten, ne Ja 24 nur noch, Schell Du hast eh fast geschafft Ja, jetzt übertreib mal nicht Wir können immer noch 20. werden Kannst du mir sagen, was du willst Die sind alle nur am Sheeten da drin, ey Ja Alter, schon wieder Ja Also Der Big Beauty, äh, Booty, der ist, der ist noch nicht clean, Alter Der rotzt alles mit der MG weg Äh, mit der, mit der AK weg Ja, aber trotzdem Irgendwann wird der doch auch mal getroffen Ja, normalerweise schon Der cheatet So, wo kommt das Gas? Oh, das kommt hier her Ne, das kommt hier nicht rüber Nein Nein, das kommt gerade von da unten Ja gut, dann dürfen wir Oh, tschüss Ja, dann lauft man noch ein Stück südlich Ja, ich bin schon im Gas Ich auch Oh Es ist ziemlich schnell, dieses Gas Wir sind hier aber noch safe Genau, du Nasenbär Ich verspreche dir, bevor ich hier am Gas verrecke, knall ich dich bestimmt noch ab Ja, wir sind doch eh schon so gut wie draußen Ja, da vorne müsste es gleich zu Ende sein Noch vor dem Hügel, oder? Ne, leider nicht Doch, hier ist zu Ende Am Hügel, oder? Ne Ich bin immer noch im Gas Immer noch im Gas Immer noch im Gas Immer noch im Gas Bitte, wie weit geht denn das? Ja, da frage ich mich auch gerade Jetzt bin ich nicht mehr im Gas Da sollte ich mich gerade mal heilen irgendwo So, ich renne aber jetzt einmal über den Berg Nö, warum? Ich heile mich hier oben Du willst hier oben bleiben? Ich heile mich jetzt hier oben Ach so, ich dachte, du willst hier oben bleiben Du kannst dich hier nicht hinlegen Nee, dir höre ich nicht zu Hast du nicht verdient Warte mal, lass mich mal hier kurz Deine Mutter Ich habe zwar gesagt, hier ist es safe, aber ihr wolltet es glauben Was ist jetzt schlimmer? So, hier kommt ein Flugzeug und das kommt ziemlich beschissen hier Es ist trotzdem ein Airdrop-Flugzeug Ja, das wirft, glaube ich, hier ab Ich glaube nicht, dass es das so dicht am Rand hier abwirft Doch, habe ich schon gesehen Nein Wo ist das Flugzeug? Über uns, wie wär's denn? Ach, die Augen auf, ey Hier bist du mit den Fischen unterwegs, ey, das ist ja Wahnsinn Ja, ist es Das habe ich gar nicht gehört Hä? Ich habe keinen Ton gehört gerade von dem Flugzeug Haben wir schon eine neue Safe-Sound? Kommt da vorne noch ein Berg? Da hinten schmeißt das ab Da ist er gut Ja, dann ist er ja uninteressant So Wir würden erwarten bis zur nächsten Safe-Sound-Markierung Dann bewegt man sich Wir haben eine neue Also ein bisschen südlich, ne? Wir müssen langsam mal los, würde ich mal sagen Auf geht's Dicker Auf geht's, Dicker Alter, pass auf, ey Ich habe noch eine Freck-Granate Und ich habe auch noch einen Molotow Ich habe eine M9 Da kann ich gar nichts Da kann ich dich mit Postbrod Du bist nur eine laufende Zielscheibe Du kannst die Leute nur zu Tode langweilen mit deiner M9 Ich kann sie erschrecken Wow Ich kann sie nachher werfen Dann macht sie mehr Schaden Das ist das Achievement Mann mit M9 erschlagen Hm, wäre eine Möglichkeit Das wäre mal eine geile Chat-Nachricht Killed mit M9 Wir sind ja nur noch elf andere Spieler da Ja, du willst gut gesagt Nur der eine macht mir irgendwie Sorgen Der Big Booty Ich? Ach komm, so schlimm bin ich ja nicht Nicht du Wo müssen wir denn hin überhaupt? Hast du mal geguckt? Digga Ne, der läuft einfach nur Ja So, F8 Wir sind sicher Frage ist, wie lange sind wir sicher? Bis zur nächsten Safe Zone auf jeden Fall So sicher, wie wir eben gerade waren? Na, jetzt sind wir sicher Schau halt selber auf die Map und entscheide Also F8 ist definitiv sicher, ja Da hat er recht Das wird sich sowieso wieder auf den Funkturm ausgehen Ja, super Ein bisschen Berg wieder hoch Das wäre doof Ja, jetzt vor allem in dem Late Game Ja Vor allem mit dem Big Booty Der sitzt sicherlich da oben Mittlerweile Der hat sich den Weg schon freigeschossen Ja Aber Big Booty, freigeschissen Freigeschissen So, Gas ist gleich da Ja Das kommt schon wieder so gefährlich nach Oh ja Ja, das könnte wirklich Wieso? F8 ist F8 ist doch komplett in der Zeit Safe Zone drin Ich kapier's nicht Ich lauf jetzt rüber zu dem anderen Wald Ist mir doof Ach F Ja Okay Was? Ich war im falschen Buchstaben E8 ist komplett safe Nicht F8 Aber wir sind nicht im Gas Und das Gas ist eh schon wieder stehen geblieben Ja, die Map ist da die neue Ja, da guck mal rein Bayer Oder Natze Ja 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 Ich war auf M Also jetzt sind wir immer noch F8 Wir müssen aber E8 Ja Ja Oder ein kleines Stück Ja Geh mal auf die Grenze zu E8 Ja Die hocken doch bestimmt da vorne irgendwo im Wald drin Kannst du sagen Ich glaube, dass die meisten auf dem Berg sind tatsächlich Naja, glaube ich nicht Dann wird es schon wieder Abschüsse geben Weißt du ja nicht Vielleicht sind es zwei miteinander befreundete Gruppen Als Ein Zehner Team quasi Ja So ungefähr Hier siehst du Einen hat schon wieder gerafft Dann Dann wären jetzt die restlichen übrig quasi Weil es ist die 13 Bin immer noch in F8 Bomben? Ja, weil E8 oben ist, oder? Bomben? Ja, Bomben Ja, die waren weit weg Dann müssen wir nicht nach rechts Hä? Wir Wir sind jetzt in E8 E8 ist safe Ja gut Genau, dann können wir hier bleiben So Wo sichert man überall hin? Also ich schaue nach Süden und Osten Südosten Da nehme ich Nord West Nordwest So die Richtung Die zwar nicht viel, weil ich hier überall die Streicher habe Ja, gut In Gottes Namen Ja, wobei Die Weißen bleiben ja stehen Auch auf die Ferne Das andere Grünzeug Verschwindet? Ja Oh Oh ja Er ist genau über uns geflogen Nein Nicht mal annähernd Nicht? Dann war es bloß ein Schatten, den ich gesehen habe Dann war es An der Baumspitze oben Ja, dann vergiss es So Haben wir hier schon wieder eine neue Safe Zone? Nein, noch nicht Also Ich dachte, das Gas hat sich schon bewegt Was ist denn los, Narze? Was bist du denn so traurig? 30 Sekunden bewegt sich Wenn ich traurig bin, angepisst bin ich Von wem oder was denn? Allgemein Was hast du denn? Deine Tage brauchst du Tampons oder was? Mit der Gesamtsituation unzufrieden bin ich Es interessiert uns nicht Mienchen würde dich jetzt fragen, ob du Tampons willst Ja, Mienchen Mienchen darf das auch Mienchen? Hey, nur noch 11 Leute Du meinst 8? 8 gegen uns, insgesamt 11 Ja Das ist dein Doppelteam Ja Das sind 2 Teams und Big Booty 2 Teams und Big Booty Glaubst du mir? Denk an meine Worte Das sind 2 Teams und Big Booty Ja, Big Booty hätte aber schon lange keinen mehr um die Ecke gebracht Vielleicht ist ja Big Booty schon um die Ecke gekommen Nein, das habe ich gelesen Hallo, aus dem Westen kamen Schüsse Echt? Wo ist es im Westen? Da ist Westen Das ist MG Das ist deine Richtung 10 Dann muss das aber vom Berg kommen Wir haben ja bald eine neue Safe Zone Ja Hier haben wir mal 9 noch Booty Hype Booty 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 Man Booty Man Booty Booty Und jetzt heißt's Und Scheiße Genau auf die andere Seite vom Berg müssen wir Ja Laufen Sie? Ja, dann laufen wir hoch Warum soll ich eigentlich vorlaufen? Weil du eine AR hast Das Weißbrot mit der M9 darf vorlaufen Nein Lauf durchs Gestrüpp So Ich habe jetzt extra die AK in die Hand genommen So Ein bisschen auf den Berg hoch beobachten Hoffentlich kommen wir hier was hoch Müssen wir wirklich zwingendermaßen hoch? Äh, nee, ich glaube nicht, oder? Können wir Ja, scheiße Nee, ich glaube nicht Ich glaube, wir müssen hoch Wenn wir auf die andere Seite müssen Nach E7 Das hattest du vorhin schon mal gesagt Äh, ist das jetzt neu modern Dieses Alzheimer-Syndrom, oder? Nee, lass uns mal hier rechts vorbeilaufen Boah Das sag erst, wenn ich draußen bin, du Honk Ohne Scheiß So was muss dir eher einfallen Wir kommen nicht rechts dran vorbei Weil da schon das Gas ist Knapp Dann müssen wir wohl da Übelgrad aufs Hof Ja Weil da oben Bäume stehen Weil wann stehen da oben Bäume? Weil sie dort stehen Weißt du, dann frag sie doch Warum steht ihr hier? Ich komme da nicht hoch Äh, ich auch nicht Ich glaube, wir haben die Arschkarte Nein, da müssen wir hier links vorbei Dann müssen wir links dran vorbei Los, lauf! Na, da kam ein Energie geflogen Kommt vor Einmal mit Profis arbeiten Ja, leider sind Eifel und ich schon tot Ja Deswegen seid ihr die Oberprofis Hoch, ich komme schon wieder runter Ja, weil ihr da nicht hochkommt Mann, lass halt probieren, du Honk Ohne Scheiß Du brauchst dich jedes Mal so genervt tun Das sind eh fast vorbei Guck Da liegt ein Auto Da liegt ein Auto Ja, ein Jeep Ein Auto Äh Ja Ein Quad Es wird sicherlich noch funktionieren So Nimmst doch einen Pfader mit dem Berg hoch Also hier sind wir auf jeden Fall Ja, und auf oben ist schon der Funkturm Ja Boah Boah Ich bin auch hübsch weit gefallen Bis runter halt wieder Was ist denn der Spalt? Wir werden bestimmt die ganze Zeit beobachtet Oh, hier kommt ein Airdrop runter Das ist jetzt interesting Wir laufen mal hinterm Weißbrot her Ja, mach das Ja, eigentlich die falsche Richtung Eigentlich müssen wir hier hoch Wo will Wir müssen drüben wieder runterkommen Ja, wieso willst du jetzt Auf Gedeihung von der mal auf der anderen Seite runterkommen? Ja, wobei, nee, lass hier bleiben Boah Boah Jetzt, glaub ich, gar nicht verkehrt Jetzt, tu halt, mach ich nicht so genervt Die Idee ist, gar nicht verkehrt hier zu bleiben Da oben steht irgendwas Sieht nach einem Quot aus Ja, genau West, Nord, West, gell? So, ich lauf zum Airdrop Ihr könnt mich mal Lieber geh ich drauf, als mit euch zu überleben Komm, jetzt sei nicht hier so der Pussyhaft, weißt? Boah, jetzt ist der auch noch eingeschnappt, ey Die eine Mimose, ey Ja Sind ja auch nur noch acht Leute am Leben Also, äh, ein Fünferteam Ja Ja Also ist es doch egal, wo wir hinlaufen Eigentlich schon Irgendwann kriegen sie uns Irgendwann Die hocken bestimmt unten Ja, die, nee, die hocken oben beim Air Äh, bei der Radarstation Nee, die hätten schon lange auf uns geschossen Oh, die sind definitiv doch an der Station Was hier Lootbeutel rumliegen Echt? Aber es ist ja alles scheiße, was ich sage Ja, ist es auch Und jetzt keine Handgranaten oder sowas, gell? Ich hab Handgranaten Ja, dann kommt Boah, Alter, was liegen hier für Loot-Säcke? Ja, genau das meinte ich Oh, der hat 15 Yo, das lohnt sich 28 First Aid Kids Ich nehm mal eins Ich auch, was hab ich hier? Ach, jede Menge Backpacks Backplugs Mooney ohne Ende Ja, super, die Schrotze zumindest hab ich Der hat ne AR, aber kein Moon mehr Ich will eigentlich nur eine einzige Handgranate Hier oben liegt noch, äh, liegt noch ne schusssichere Weste Warte So eine hab ich schon an Was sind jetzt die scheiß, äh, Schrotflinte? Ne Stungranate hab ich So hab ich sie Ja, Granaten hat der nicht, ne Warte mal, ich Ich seh ihn laufen Das ist wirklich ein komplettes Team Die fahren jetzt den Berg runter Die sind jetzt gerade den Berg runtergefahren Weil wir auch runter müssen Da unten im Wald ist Ist's Ende Echt? Ja Ach ja, super Hat einer von euch AK Munition? Ich hab 60 nur, leider Die haben sich die komplette AK Moon geschnappt Ja, Moly ist hier noch Oh, kommt! Gas, 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 Gas! Ich nehm noch nen First Aid Kit Ich hab keinen Ich hab keinen Ich hab ein paar zum Abgeben Hättest du vorher was gesagt Ja, ich hab auch welche Ich schau, dass ich Richtung Airdrop komm Ich hoff, dass ich's Leben schaff Jetzt werden wir einfach im Gas verrecken Ja, das könnte durchaus sein Weil so grün wie der Setz ist Acht Ich hab 25 Minuten Oh shit, ich falle! Boah, ich hab's überlebt Ich, ich bin wieder im Freien Ich auch Dirk, beim Airdrop ist Platz Okay Ich auch Ich muss mal gleich Wer ein First Aid Kit braucht, kommt zu mir Äh, ich hab jetzt Bei mir wär's nicht schlecht, wenn du mir einen droppst Ja Hier drüben, äh Ja, gut gesagt Ich bin auch Ich sitz rechts vom Airdrop Ich seh den Airdrop gar nicht Ich auch Ah, da bist du Ich seh dich Ich sitze links vom Airdrop Ah, warte Ja, ich hab aber Ich geb euch beiden Hab ich aber auch genügend Nee, ich hab Mir brauchst du keins geben Ich hab Ich hab 24 Medikits Achso Ich hatte 28, so Kriegst du auch noch eins Ah, nicht use Ja, dann use mal halt eins Ich dropp dir mal zwei oder drei, Bayer Aber eine reicht Eine reicht Der halt den Rest Das Gute daran an der Sache ist Äh Wir müssten glaub ich von dem Airdrop noch ein Stück weg, ne? Weil die Bomben auch noch kommen, oder? Nee Kann ich mir denn vorstellen Ich hab ewig für kein Flugzeug mehr gehört Äh Das Problem ist eher, dass ich nur sieben Schuss AR-Moon hab Aber okay, rechts von mir kann keiner sein Okay, wir müssen noch ein Stück weiter nördlich hier Geh vor Äh, Gott Nach Norden Nordwesten, ha? Nord-Nordwestlich Ja, ich geh nordwestlich ein Stück Es ist wirklich voll der Mikroflecken Die anderen werden sich eh schon ärgern, wie blöd Ich denk, dass, äh, nicht mehr wirklich viel übrig sind War das nicht die Stelle hier, wo da auch diese Hütte im Wald ist? Das wär so kacke, wenn hier noch eine Hütte im Wald und das nicht im Gas Wo müssen wir hin? Nach Norden? Nordwesten oder was? Oder Nordosten? Ich seh halt nichts Hier ist voll die riesige Freifläche Ich geh rechts dran vorbei Ja, rechts ist Gas Ja Oh, das Gas kommt Dann müssen wir einen Enken schneller machen Ach, echt? Ja, dann sag halt das Irgendwo rocken die doch Ach, da unten seid ihr Ja So Kommt das Gas noch? Nee, ich glaub das Gas ist stehen geblieben Ah, ich gab da links von euch steht ein Auto Wenn ich's richtig gesehen hab Oh, hier wird geschossen Ja Kann ja nur auf dich sein, MG Nee, die treffen aber nicht Oh, ich bin in Gas Oh, ich bin in Gas Spam is last words Ich auch Hey Watt, ihr steht im Gas Ja Ah, jetzt bin ich auch in Gas Super Ich schmeiß mir nochmal ein Medikit ein Ja, bin ich dabei Da sind wir dabei Ja Das ist prima Also links ist nur Gas Iva Colonia Also die könnten nur rechts von uns sein Nee, links können sie auch noch Da ist auch noch ein bisschen frei Weinst du? Ja Die können da hinten links Also die paar Bäume hier vorne sind noch frei Auto Wo? Weiß ich nicht Ich hab's bloß gehört Ich glaub rechts Also vor uns Sag mal Bayer Was hängst du hier eigentlich an meinem Baum? Ich war hier als erster Lauf hier mal links rüber So Ihr habt alle eine Granate in der Hand, oder? Nee Nee, Molly Ich hab auch Molly, wenn du willst Also eigentlich Ja, das ist super Das ist super Ich hab nur eine Stun Granate Ja, die macht blind zumindest Ja Alter, die Safe Zone ist ja so winzig Aber wir sind drin Was, wir sind drin? Ja Bist du sicher? Ich würde sagen, die ist rechts von uns, oder? Hä? D7 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 Wir sind am westlichsten Rand, oder? Nee, wir sind östlich, oder? Ah, wir brauchen den Wir brauchen ja den östlichsten Rand Stimmt, scheiße Wir müssen auf die andere Seite rüber Oh, Menno Joa, versuchen wir's mal Die hocken da unten bestimmt im Wald drin, ey Da kannst du nicht Ich seh sie, ich seh sie Wo? Nördlich, nördlich sind sie Da unten sind sie, ja Nord, Nord, Osten Das ist aber nur noch ein Team Ja, nur noch Mit, äh Drei Leuten Nach Adam Riese Ah, da drüben links Links von dir, AMG Vorsichtig, genau in die Richtung Wo du schaust, hinterm Baum Ist einer Geh hinterm Baum Ja, bin schon dabei Ich hab auch einen gesehen Ich hau mir nochmal ein First Egg Kit rein Den letzten Ich hau mir auch eins rein Weil wir jetzt dann ins Gas kommen Ja, nicht sicher Nein, ich glaub schon Ich seh grad keinen mehr Doch, da ist er Wer schießt, du? Ich Ich Die laufen Die müssen Sind im Gas Die sind im Gas Dann schieß ich immer noch auf sie trotzdem Damit sie sich verstecken müssen Ja Ich weiß nicht, ich hab nix mehr zu schießen Ich hab nur eine Schrotze Mit der Schrotze schießt er Ja, ich hab nix mehr Ach, ich hab mal die M9, gell? Ja, die hab ich weggeworfen Haha GG, Junge Die sind jetzt alle in dem Baum vor dir Ja Ja, die kommen von rechts Was, von rechts? Ja, von rechts Ja Die sind jetzt Richtung hinterm Stein Ah, ich bin im Gas Ich nicht Oh, shit Treffen Ah Puh Ich lebe noch Aber nicht lange Ah, shit Hocken hinterm Stein Komm, 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 komm Nimm Ist fest, ey, kid Ah, ich bin tot Nein Einfach nur verblutet Ah Ich bin auch getroffen Hab nix mehr zum heilen Ja Wenn du was zum heilen brauchst Wenn du was zum heilen brauchst Geh zu mir Ich geh drauf los Der reißt dein T-Shirt bei Nimm meine First Aid Kids Ich hab noch zig Stück Ich hab eins zumindest getroffen Irgendwas trifft mich Du blutest auch Ja, bin gerade dabei Du hast nur Moon AK Moon Ich hab normal auch First Aid Kids Äh First Aid Kids hab ich genommen Ja Kommt schon Das schafft ihr Ich bin tot Hab ihn aber nochmal getroffen Sauber Ah Schade Okay Naja, aber trotzdem Zweiter, oder? Ja War eine gute Runde Ja Okay Sag mal Tschau Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschau 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 Tschau